Ja, du bist Banker. Du bist Banker im Private Banking, im Wealth Management oder auf dem Sprung dahin. Und du bist damit einer von 561.000 Bankern und du möchtest gerne den Certified Financial Planner machen, die Weiterbildung zum Certified Financial Planner und deine Bank unterstützt dich auf diesem Weg nicht und du musst es entweder in deiner Freizeit machen und dafür selber Geld in die Hand nehmen oder du kannst es nicht machen. Es gibt übrigens in Deutschland nur 1500 zertifizierte Finanzplaner und da gebe ich dir eine Möglichkeit. Meine Direktion fördert in diesem Jahr und nochmal im nächsten Jahr jeweils zwei CFPs. Das heißt, wir bezahlen die Ausbildung für deinen CFP. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.